Hast du heute Abend schon was vor? Willst du nachher mit mir Spaß haben? Courtney Holmes, ich bin echt überrascht. Aber ich nehme das Angebot an. Mitternacht Untergeschoss, Ebene C. Was ist hier los? Ich will, dass du mein Herz stoppst. Du wartest eine Minute, dann holst du mich zurück. Okay, jetzt wäre es Zeit zu sagen, dass das nur ein Witz ist. Was passiert mit uns, nachdem wir sterben? Das finden wir nur heraus, wenn wir es selbst ausprobieren. Wir könnten die Erfahrung dokumentieren. Hast du ein helles Licht gesehen? Eher so etwas wie reine Energie. Wieso kann sie jetzt Klavier spielen? Als wäre ihr Gehirn neu vernetzt. Ich will als Nächster. Lade auf 200. Ein guter Tag zum Sterben. Weg! Jeden, den ich heute berühre, werde ich heilen. Das ist ein Weckruf. Drei Minuten. Jamie hatte nur zwei. Was soll ich sagen? Ich bin ehrgeizig. Ich bin die Nächste. Fünf Minuten. Sieben Minuten. Davon kam noch niemand zurück. War das nur schön? War da auch etwas Unheimliches? Irgendetwas geschieht mit uns. Ich glaube, ich will ihr den Verstand. Vielleicht haben wir eine Tür geöffnet. Irgendetwas verfolgt uns. Etwas, das ich getan habe. Etwas, das ich getan habe. Weg! Difi, sie ist nicht stabil. Diese Experimente müssen sofort aufhören. Weg! Wach auf. Ich hätte dir sagen sollen, dass es nicht um Wissenschaft oder Erkenntnisse ging. Weg! Das sind schon über vier Minuten. Ich wusste nicht, dass Nebenwirkungen auftreten und uns die verfolgen werden. Es ist meine Schuld. different. Das sind schon über vier Minuten. Ich viele Josh